sieben 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 noch mal noch mal hey leute ich bin lukas und herzlich willkommen zu einem neuen broads video auf marvins kanal ja leute ich dachte mir mal heute wir machen mal ein knackiges opening battle über 10.000 james insgesamt leute mit dem park moin sehr sehr nice was geht ab leute willkommen ja marvin nach wie vor nicht in der lage videos aufzunehmen noch mal gute besserung ich bin der weinung auf jeden fall dass das was hilft wenn er sich das durchliest und ihn das motiviert leute also let's go wünschen gute besserung wir hoffen auf jeden fall dass wir bald hier wieder auf seinem youtube kanal sehen aber so lange übernehmen wir natürlich nach wie vor noch und hat 10.000 jams ich habe das heutige video wird gesponsert von raid shadow legends in dem mobile game habt ihr 500 champions mit verschiedenen fähigkeiten und millionen von artefakten zur ausrüstung wählbar kein champion wird den anderen gleichen das heißt ihr die möglichkeit die so zu kombinieren wie ihr wollt das spiel ist kostenlos zu bekommen fürs handy fürs tablet sowie für den pc es gibt zu denen ein update wo die täglichen belohnungen auf 270 tage verlängert wurden ihr könnt auch regelmäßig bei den events teilnehmen und euch tolle items sichern leute das ist mega krass wartet also nicht zu lange und das game jetzt in der video beschreibung beim ersten download bekommt ihr 50.000 silber 50 diamanten einmal energy refill ein klaren bossen schlüssel 5 mysteriöse splitter 1 tages exp booster und den kostenlosen champion hex weaver neue spieler finden die belohnung in der inbox und leute falls ich diese app geholt habe schreiben ruhig unten in die kommentare wie ihr diese app findet also ich finde er persönlich richtig nice holt euch kostenlos diese app denn ihr habt ja nichts zu verlieren und auf jeden Fall jetzt geht es mit dem video weiter ich würde sagen wir starten einfach mal mit der nieder leute genau dann müssen wir uns auch noch abholen den ehrenmann würde ich sagen 3 2 1 richtig krass digga der beste brawler natürlich mal lieben so langsam wenn ich hier so sehe es season endet in 15 tagen da habe ich schon bock da habe ich schon bock aufs neue update also ja selbst und wir einfach gleichzeitig 3 2 1 let's go freunde und natürlich zählt auch die punkteliste wieder ihr seht ja wie viele punkte für welche seltenheit gibt immer sehr gespannt wer mehr luck hat für marvins kanal 2 legendäre ziehen und ja ich werde heute neun verbleibende also für neun verbleibende gibt es übrigens 50 punkte und für zehn verbleibende gibt es 500 punkte also ja ja nur noch mal angemeldet also ich werde das beim nächsten opening battle einführen dass man für sieben verbleibende acht verbleibende und neun verbleibende auch punkte bekommt weil es ist halt einfach eine geile sache eigentlich das hält ja schon schon schreibt mir die kommentare ich würde sagen das machen wir und ich bin gleich schon durch dann würde ich sagen freude ziehen wir erstmal hier die vorgebenden brawler also mit block müssen wir natürlich starten das ist eine klare sache genau let's go und der super rock genau und noch mal sehr schnell auf entspannt leute drei zwei eins und so ich glaube die vorgebenden brawler die kennen die leute mittlerweile nach genau erst mal zwei seltener und dann der super seltener und danach geht es richtig los von da bin ich mal sehr sehr gespannt wer auf jeden fall hier mehr luck haben wird denke ich will ich glaube ich glaube ich glaube ich glaube ich meine sehr lost immerhin power punkte ja das stimmt die box haben wir noch mal am start leute und weiter ich muss jetzt noch mal ein paar mehr box öffnen genau da kannst du schon mal die ganzen sachen abholen ach du ist am start geil ich hab dann so auf diesen braw pass einfach geöffnet ja feierlich locker 30 millionen mal leute leute wir haben auf jeden fall noch eine gratis box hier im shop würde sagen sie können wir uns auf jeden fall auch noch mal let's go ich habe hier keine gratis box ist asozial ich glaube du musst noch irgendeinen trainer code eingeben dann würde ich sagen freunde wir haben jetzt einen optimalen account und ja kann einfach mal starten mit den mega boxen würde sagen jetzt die erste mega box freunde in 321 go erstes immer fünf verbleibende dann irgendwie mal schauen weiter geht's ich weiß nicht okay moment muss die nächste suchen hier let's go 321 go 5 geht es aber gut jetzt habe ich noch paupunkt für shelly da kannst du noch ein upgrade machen oder was fast 321 go 7 kann man mal machen tage ist natürlich ist natürlich mies weil es ja noch acht oder neun sein können aber das stimmt let's go oh zwei brawler und lust also das hätten ja die die neuen sein können ja gut ok und die nächste glaube ich gerade upgrade können aber egal ja glück gehabt ich glaube ich kann noch mal 20 und los 70 es fehlen noch 16 ok nächste mega box und sie oder was sie machte auf die schnelle nein es sind immer noch meines film 8 und jetzt habe ich eine big box geöffnet das war ein fehler oder das nehmen war es nicht easy okay ich bin so schlau jetzt habe ich fünf brauner wo ich ein gadget ziehen kann ja das jetzt geht es aber ab das sehr gut sagen okay und go fünf verbleibende sechs verbleibende aber geht noch sage ich jetzt mal ja ich glaube sogar besser als ein gadget wegzuziehen direkt ja das stimmt und jetzt auch die nächste box für ein verbleibende bei mir ich habe aber was und es ist einfach mal asterinengürtel kennst du schon diese taktik bei brawl ball mit diesem gadget ne echt nicht wo man so zehn sekunden übrigens machen kann mit dem gadget und gale aber ich beginne jetzt wieder aktiver zu pushen von dem her wenn ich sie auf jeden fall wieder kennenlernen die taktik oder das wieder ja du wirst du leider kennenlernen freunde also da macht er direkt quasi das gadget wer öffnet die wand und dann jump der game mit dem jump hat box da passt so den ball und dann macht er direkt tor quasi da gehen neu krank okay heftig und jetzt so nicht denke ich mir da nur ja bisher noch nicht so ultra krass weiter geht's let's go also freuen wir haben natürlich gar nichts sehr viele gems übrig aber bisher auf jeden fall sehr komisch weiter geht's let's go sechs okay selten gadget da ist ein gadget also jungen noch nicht mal den epischen brawler gezogen noch nicht von den super seltenen außer den ersten vorgegebenen noch nicht mal einen legendären freunde mensch kann das ja was ist da los alter ja ja nicht mal neun verbleibende sechs verbleibende und es ist ein gadget ihre tatzen sieben ok ok da sind jetzt wahrscheinlich zwei geld ist in meinem lack erstmal gerne und die bohrmeisterin ok 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 noch alles möglich sage ich mal freunde ihr wisst es natürlich und vorbeibende letzte und sechs bleiben noch mal zwei sachen sogar einmal ein gadget und der ehren bruder war noch mal mit dem hammer raus ok also ich bin durch mit dem mega boxen kass normal echt nichts drin also das ist sehr sehr enttäuschend gewesen ja das stimmt naja wir haben ja noch genug jabs zurück ok wir haben das angebot hier für 49 jubeln ja ich sagen machen wir mal oder das machen wir auch jetzt go und wir starten rein ist sechs verbleibende vier verbleibende sind einfach weg ne ja ja das verstehe ich halt immer noch nicht wie das so oft passieren kein roll und gettet einfach ein sonderangebot total verpackt ja bei mir das ist nicht so weiter geht's let's go es kommt häufig keine fünf was street leute ja ja also ich will auf jeden fall zehn verbleibende heute ziehen sieben noch mal war auf dich gleich das auch noch der erste rolle rieke noch mal ja vielleicht verbleiben ja vielleicht auch noch mal sieben okay ich mach das kurz weiter weiter zu und lerne das hat nicht funktioniert so jetzt aber guck ja der erste epische schon mal sehr gut nach zwei millionen jams wurde es auch mal zeit ich kann glaube ich gleich noch ein upgrade machen aber ich war schon öfter mehr anlack hier als das jetzt ja gut aber es ist bisher hast du einen gürtel okay also trotzdem sehr sehr schlecht bis jetzt also ja der erste epische gerade mal du wirst du noch nicht mal den epischen oder doch fragt dort auch ja ja ich schaue einfach mal nach leute was drin hat let's go einmal ein gadget und die biene noch mal der zweite epische kann man schauen wir mal kurz nach 6 verbleibende ich habe ein gadget für ja und vielleicht ein bisschen was krass das belastet okay ich kann wieder upgrades machen also kurz power pause bei mir passt sogar drei krass okay gut dann mache ich auch mal weiter du kannst du vielleicht noch warten vielleicht ziehe ich jetzt auf die schnelle noch was war damals kann ich auch noch upgrade alle jetzt kann ich wieder ordentlich geändert ziehen auf jeden fall leute zeit für die zehn verbleibenden let's go zack fünf das sieht schon mal gut aus ich habe ja hier eine bingere 1 am start es ist halt so schlecht das opening es hat real talk so schlecht schon wieder fünf habe 600 euro sind insgesamt freuen also wir hoffen mal dass noch wir können wir 321 go okay handy noch mal am start alter junge das ist doch nicht normal also so schlecht das opening geht es nicht und der erste brawler riko noch riko 600 und ich ziehe es in den auch zwei sachen und wenn ich den supermarkt gibt es in österreich eigentlich loll ja dann gibt es auch in österreich penny 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 gang 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 und genauer sie verbleibende also das haben wir für kreis aufweite ja und auch oft zwei sachen aus sechs verbleibende ja stimmt und das frank mit zum haben kann man machen weil die müssten um die vergleiche glaube ich sein ja kommt aber ich brauche uns einfach über den legendären dass ich hier auf jeden fall gewinnen kann weil sonst ist das nicht gut alter und verbleibende ich hab gleich keine jams mehr da ich bin bei 800 jams lol ich hab viel mehr den hast du noch schau mal lol wie schnell war ich denn oder wie langsam warst du gut das ist jetzt hier die frage naja okay vielleicht guter vorteil hier für mich 321 wachs jeden fall mal zertal oh mein gott digga einfach mal die kreie digga lol einfach mal hier reingedroppt hä? da bin ich komplett raus wie soll ich das noch aufholen du willst mich noch komplett verarschen lol digga lass doch mal ein like da ihr seht das crow zeigt das sogar das heißt ihr müsst ein video äh like da lassen auf jeden fall auf jeden fall alter let's go junge wie hieß ich das das war schon sehr sehr wild holy shit also 10 punkte ja gut das wird jetzt echt sehr sehr schwierig für mich das aufzuholen ich hab halt nur noch 800 jams nicht gut naja das stimmt so weiter geht's 6 verbleibende und noch mal jackie okay das haben wir auch alles super selten das alles was wir jetzt ziehen ist mindestens episch dann schauen wir mal okay 6 verbleibende lol hä? kann man mal machen Tala auch noch? ja jetzt geht's aber los mit dir ja ey das ist richtig krass und wieder 6 verbleibende lol ich dachte zuerst jürgen was das für ne form ja sieht man selten auf jeden fall ja 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 ich dachte zu WTF ich hole mir den nie ab eigentlich ne weil es halt komplett useless ist aber naja okay wir haben auch 6 verbleibende lol digga was ist denn hier los alter das ist halt asozial oh mein gott digga so asozial ich sag's euch was soll das denn hä? ne ich verstehe es einfach nicht einfach mal easy schnell 20 punkte Junge 20 punkte Junge ja 20 punkte das ist einfach nur asozial Junge also nein 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 das ist auf jeden fall fair ich bin's fress okay jetzt hab ich aber auch fast keine Gems mehr los oh lol okay gut jetzt kann ich tatsächlich wieder einsteigen ja dann bin ich grad in so ne sieben lol bin ich dann auch in so ne Suchtphase gerust eben sechst oder siebten mal und durrl mhm ok also sieben verbleibende haben wir heute echt aufgezogen ja im Retort sechst verbleibende ok lol let's go jetzt geht's aber los mythischer Brother Murtus mit der Schaufel hm ja gut das haben wir zwar noch nie gesagt aber jetzt hab ich's erfunden ok weiter geht's fünf verbleibende ne weiter geht's sechst verbleibende hm Gadget ich bin jetzt auf jeden Fall mal für Crowe und für Gallet Gallet ziehe ich jetzt einfach mal Gallet kann man auf jeden Fall mitnehmen würde ich sagen ja save save fünf verbleibende let's go sechs verbleibende und let's go let's go jetzt geht's halt wirklich los alter hier am Ende doch noch mal relativ lucky muss man sagen ja ja wirklich ok äh wir sind genau gleich auf das heißt zwei boxen noch die vorletzte megabox wird geöffnet fünf und wir kommen zu allerletzten megabox des heutigen videos 3 2 1 und 5 na okay ach komm was ist das denn ey naja big boxen gehen noch geht noch einer naja save und wir können uns noch den Braun Pass abholen let's go und boom da haben wir nichts drin und jetzt noch den Rest von Braun Pass genau da ist noch was drin ist dann auf jeden Fall krass aber ich würde sagen genau dann sehen wir uns oh lol aus der big box fünf Punkte schmeckt vielleicht kann ich ah fünf wahrscheinlich drei Punkte vielleicht kann ich das irgendwie noch aufholen wenn ich jetzt noch ein bisschen rein lacke aber ja wird schwierig wird schwierig lol aus der big box Junge jetzt kann ich nicht mehr aufholen jetzt hab ich gar geschaut oh mein Gott ey ey das war ultra lucky ich hab eigentlich mit so lol was ey komm ey komm ey ich bin komplett raus ey was ist das denn oh mein Gott ey real talk ich glaub ich woher kommt denn jetzt das Lack ich brauch von dem Braun und hätte glaube ich noch nie so lucky mit den Jams alter Junge legendär und vier krank mythische vor allem wie viel du jetzt einfach aus dem big boxen und aus dem braun boxen hier da ziehst ja 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 niemals ist ich hab zwei zwei mythische aber keine legendären also ich muss echt sagen also mit den Jams war ich glaube ich noch nie so lucky wir sehen hier einfach mal 21 brawler wir haben zwei epische vier mythische legendär und chromatisch alter heftig ja bei mir sieht es nicht so gut aus also ihr seht es eindeutig glückwunsch hat das ganze gewonnen glückwunsch ja man richtig nice dann würde ich sagen Freunde lasst ein like da auf jeden fall Marvin ich hoffe dich freut mein Lack und ja würde ich sagen das war's dann für heute und ciao ciao Outro